Ich wünschte, wir hätten mehr für sie tun können. Nun muss das Dorf verständigt werden. Ich hoffe, du kannst dich jetzt schon noch schnell einloggen, sodass du deinen Platz wieder bekommst. Oh, die letzte Quest in dem Gebiet. Können wir gleich erstmal Winde da Quellen sammeln. Okay. Okay. Ich hätte gerne das jetzt nie erklärt. Das ist glaube ich von Jena. Ich frage mich nur, wo diese ganzen Meteoriten einschlagen. Bei uns nicht. Ich frage mich. Wir kommen zurück, Luna. Na, gut geschlafen? Das Schlafen hat so gut getan, das glaube ich. Ah, ihr seid also gekommen. Es besteht kein Grund zur Sorge. Im Dorf ist Ruhe eingekehrt. Matsi ist wohlbehalten in Palakas Ruhe angekommen. Er nimmt sich gerade des Kindes an, das ebenfalls in besserer Verfassung ist. Ich hörte bereits, welch tragischer Schicksal seine Eltern ereilte. Und ich hörte auch, wie viele weitere Bestien ihr während eurer Suche begegnet seid. Die alle eben noch selbst Kinder dieses Landes waren. Diese Katastrophe forderte bereits so viele Leben. Ich vermag sie nicht mehr zu zählen. Doch ihr Leben ist keine Zahl. Es ist ein... Es ist ein... Querer Sarf. Ein Mewan. Jemanden, das liebe. Jemandes Vater oder Mutter. Jemandes Kind. Selbst in diesen Tagen, in denen sich unsere Verluste so hochzutümmen scheinen, wie die Berge Tavanias. Wie auch immer. Gerade in diesen Tagen ist ein solches Leben eine unersetzliche Kostbarkeit. So wird eurer Tat kein Dank gerecht. Euch, die ihr dieses Kind errettet und ein kostbares Leben in Fällen des Todes entrissen habt. Ehrenwerter Drache. Auch euch gebührt unser tiefster Dank. So, wie es mir zugetragen wurde, hatte es Matja nicht allein zurück ins Dorf geschafft. Doch ihr wart zur Stelle und habt ihn heimgeführt. Natürlich hörten wir davon, dass der Magistrat ein Band der Freundschaft zu einem Drachen geknüpft hat. Und nur ahnten wir nicht, welche Stärke, gute... Gütige Verbundenheit tatsächlich über uns wacht. Nun, ich... Brötra. Mein Name lautet Brötra. Seit Urzeiten schon ist diese Insel meine Heimat. Beinahe ebenso lang bereite ich die Flügel schützend über... Daphne. 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 Ruhe gegeben hat und ihr sofort aufgebrochen seid, um zu helfen. Da darf ich nicht auf meinen Händen sitzen, dachte ich mir. Vielleicht könnten meine bescheidenen Künste ja ebenfalls von Nutzen sein. Stellt euch nur vor, die Alchemisten, in Demirs Werk konnten dem kleinen Mädchen helfen. Hier geht es wieder gut. Ein Segen. Und was für eine Erleichterung. Aber genug von uns. Mehr von euch, bitte. Viel mehr von euch. Wenn ihr das wahre Magistrat seid, dann steckt ihr also auch hinter Varshan. Wie kommt ihr darauf? Oh, unter den Eistiermisten geht schon seit einer Ewigkeit das Gerücht um, dass im Tegel von Alchemie erstaunliche, lebensechte Puppen sintetisiert werden auf Geistes Magistrats. Und naja, mit diesem Gerücht im Hinterkopf sieht Varshan doch etwas besonders aus. Das ist einigen aufgefallen. Das kann ich euch sagen. Aber dass der Magistrat mithilfe dieser Puppe ein Auge darauf haben möchte, was in seiner Stadt vor sich geht, das schien sehr einleuchtend. Also hat nie jemand etwas dazu gesagt. Geredetet haben wir natürlich trotzdem, wer genau dahinter steckt. Ob das nun Alvan Desso oder jemand anderes. Auf euch wären wir allerdings nie im Leben gekommen. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Ehrenwerter Vyotra. Seit langem schon will ich euch meinen Dank aussprechen. Dafür, dass ihr stets an uns geglaubt und unsere Arbeit mit Ohrschuppen erst möglich gemacht habt. Die Ehre ist ganz gemeine. Euer nimmermüdes Streben schenkte der Welt die Seelenwächter. Ihr Alchemisten seid der ganze Stolz Radastans. Oh Gott. Radastans. Wie könnten wir bei derlei Lob je müde werden, Magistrat? Selbst im Angesicht des größten Unheils werden die Alchemisten weder zaubern noch verzagen. Solche Worte sind wirklich beisammen für eine geschundene Seele. So dann werde ich nach Radastans zurückkehren, dort nach dem Rechten zu sehen. Wohin werden euch eure Schritte als nächstes führen? Ich mache mir noch große Sorgen um die Leute, die zu den Tempelruinen geflohen sind. Ich würde mich gerne im Dorf umhören, ob es auch alle Heile zurückgeschafft haben. Wenn ihr ohnehin noch eine Weile bleibt, würde ich euch gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Lasst es mich euch über dem kleinen Feuerchen dort erläutern. Darf ich viel zu essen? Also, ich würde mich Nur noch ein kleines bisschen köcheln. Erzählt ihr mir währenddessen, was das alles zu bedeuten hat. Der Himmel brennt. Bestien fallen über die Insel her. Was geschieht hier? Darf ich dabei essen? Die letzten Tage, sagst du? Die Verwandlungen werden also von starken, negativen Gefühlen ausgelöst. Und der komplette Äther dabei aufgezehrt? Das ist weitaus schlimmer, als ich befürchtete. Dennoch bin ich froh, nun endlich Bescheid zu wissen. Nur mit einem angemessenen Verständnis der Lage kann man sich auf die Suche nach einer Lösung machen, nicht wahr? Sind dir jetzt das Lager voll? Ich glaube nicht. Wäre aber gar nicht mal schlecht, ne? Würde ein bisschen die Stimmung lockern. So, und jetzt sollte auch der Tee fertig sein. Ich habe einen Schei gekocht. Deine erstklassige Gewürzmischung aus Demis Werk. Einen großzügigen Schuss Milch, einer zarten Prise Zucker. Der würzige, süße Geschmack beruhigt den Geist und tostet die Seele. Jeder im Dorf hat eine Tasse verdient. Wenn die Gewürzmischung aus Demis Werk kommt, steckt doch sicher mehr als der Geschmack dahinter. Hat sie eine heilende Wirkung? Nein, diesmal nicht. Hier gibt es nur maximale Köstlichkeit. Die Zutaten sind erschreckend gewöhnlich. Schließlich trinken wir diesen Schei Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. Das ist das große Stichwort. Jeder kennt den würzigen Duft und die sanfte Süße eines frischgekochten Tees. Ob groß oder klein. Ob lustig, äh, ob lustig, genau. Ob jung oder alt. Und ein Stückchen Normalität inmitten dieser heillosen Chaos haben wir gerade alle bitter nötig. Nicht wahr? Da hast du wohl recht. Was für eine nette Geste, Nidana. Ich helfe dir gerne dabei, den Tee zu verteilen. Hm? So, dann verteilen wir mal. Und hier ist auf jeden Fall nur einer. Ja, bitte hier. Gönn, gönn dir. Ich finde jetzt noch einen. Geh mal von aus deinem Haus. Da kommt, kam hier gerade einer raus. Oder? Nö. Doch nicht. Hm. Nein. Da oben. Man muss aber auch immer drauf kommen, dass hier oben noch jemand steht. Ah, und jetzt können wir hier auch die blauen Quests annehmen, die wir gleich brauchen. Schon fertig? Vielen Dank. Wie kam er an? Haben sich die Leute ein wenig gefreut? Hier hat er den Tee schon verschwindet. Ja, ich auch. Ah, das führe ich gerne. Ein ruhiger Gast ist gerade umso wichtiger denn je. Geist. So viele Leben haben sich heute drastisch verändert. Wir gehen einer Zukunft entgegen, in der so viele unserer Liebsten fehlen werden. So viele Dinge unwiederbringlich verloren. Nein, das ist kein simpler Schmerz, mit dem wir hier ringen. Äh, so was wir fix Raubtierfütterung machen. Mit Futtersohn. Mach das, Mappa. Ist gleich. Aber auch daran werden wir uns gewöhnen. So wie wir es immer tun. Verschäm mich nicht falsch. Damit will ich nicht sagen, dass wir uns kampflos diesem Schicksal ergeben. Wir wissen, dass ein solcher Schmerz weder Schand noch Makel sein muss. Diese Lektion haben wir über viele, viele Jahre hinweg gelernt. Tada. So. Jetzt geht es um die letzten Winde in der Quelle zu finden. Sind ja nur noch sechs. Das grenzt es ein. Nicht. Ich will, wenn sie nur ein Gebiet haben, wo ich fliegen kann. Ich meine, wäre ja nicht verkehrt. Ich bin aber noch mal im Lörg. Mach das, Luna. Bis später. Tschau. So. Wir machen uns jetzt wie gesagt hier mal auf den Weg und suchen die letzten Winde in der Quelle. Wir machen uns jetzt wie gesagt hier mal auf den Weg und suchen die letzten Winde in der Quelle zu finden. Wir machen uns jetzt wie gesagt hier mal auf den Weg und suchen die letzten Winde in der Quelle zu finden. Ich meine, zwei sind ja jetzt quasi easy. Sind ja durch die Aufgaben. Wir machen uns jetzt wie gesagt hier mal auf den Weg. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dann hoffen wir einfach mal, dass was jetzt alles fix geht hier Ja, hol du mal Hm, da vorne So ein bisschen hier durchschlängeln Dass wir nicht kämpfen müssen Ich muss da einmal noch mal kurz ein bisschen Zitron auf den Fisch machen Das ist der mir ein bisschen zu läsch Okay, jetzt einmal wieder nach oben Okay Vielleicht das nächste Gebiet, in dem wir fliegen können Kommt ihm immer näher Hm, warte mal Ist das eigentlich Juck, sehe ich Gut Jetzt auch noch ein Slot Ich hoffe, jetzt kommt kein Kampf Und das ist ja Das ist die zweite Person. Das ist kein NPC. Ach, war ein Mensch. Ein Spieler. Also zwei bis drei Stunden mache ich auf jeden Fall noch. Danach wird es aber auch für mich ins Bett gehen. Max bis 22, 23 Uhr in dem Dreh. Das ist die zweite Person. Okay, einmal hier um diese Ecke rum, ne? Ja. Okay, kriegen wir hin. Und hier oben ist dann auch noch eine Himmelsscherbe, meine ich. Hier oder irgendwo da? Sehen wir irgendwo da am Rand? Kann auch hier sein. Sehen wir hier am Rand irgendwo befinden. Hi. Okay, den muss ich jetzt irgendwie in Sicherheit bringen. Ach, du heiliger. Oh ja, okay. Und wir sollen noch kämpfen. BB-Mapper. Vor allem, er darf wahrscheinlich nicht. Hallo. Vermutige. So. Vermutige das einfach mal. Oh Gott. Ach, das Ding ist wieder voll. Ja, okay. Jedes Mal schreck ich mich da. Echt? Ach, die hier. Okay. Also doch. Also doch. Ah. Jetzt verstehe ich. Der Apex-Fall und daraus entsteht dann das andere Ding da. Okay. Oh ja, danke, dass du mir den wegziehst. Sehr freundlich von dir. Huch. So, zwei Wind-Ether-Quellen. Oh Gott. Wen ja nur noch. Ja. Weil bei einer weiß ich ja, wo sie ist. Ungefähr. Jetzt nur darum, sie zu finden. Nee, der sitzt da oben, ne? Bin ich froh, wenn ich hier fliegen kann. Ich versuche das. Hm. Bitte einmal nach da hinten. Nordosten. Okay, gut. Mal sehen. Das heißt hier hoch. Kann sein, dass die Person auch gerade hinfliegt, fährt, geht. Da. Da. Gefunden. Dann sind es jetzt nur noch drei. Hier 131 Richtung Norden. Ich glaube, wir gehen alle die gleiche Richtung, oder? Ne, Nordwest. Das ist die Richtung. Da. 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 Ja, knapp. Sagen wir mal mit Mühe und Not. Hier noch einer. Ja. Da. Da ist auch noch einer. Richtung Osten. In die Richtung. Hm, ich kann mir vorstellen, da. Dass es irgendwo hier oben ist. Zwei Windeterquellen noch. Das ist nur die Frage, wo. Da. Hunden. 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 Und die letzte ist jetzt wahrscheinlich am Arsch der Welt. Yep. Richtung Süden. Ganz ehrlich. Ich nehme mal bis dahin. Dann schauen wir mal. Hm. Nein. Richtige Vermutung auf jeden Fall. Hier hinten irgendwo. Ja. So, das zweite Gebiet, in dem ich fliehen kann. Schön. Geil. Nicht mehr in den Boden gebunden. Eureka. Ja, wir können fliegen. Hoch hinaus. Danke, Mappa. Einfach nur schön. Ich glaube aber, so viele können doch gar nicht fliegen, ne? Einen Garnemals habe ich bald zwei, drei gesehen. Hier aber zum Beispiel noch gar keinen. Bisher. Oh ja, ich habe einfach nicht drauf geachtet. Das kann natürlich auch sein. Äh, da. Hallo. Guck mal, mein Vogel kackt auf den Kopf. Okay. Widerschützende schwingen. Hast du kurz Zeit, wenn du mit dem Verteilen des Scheiß fertig bist? Ich, ähm, wollte dich fragen, was aus Möwan geworden ist. Naja, schlechte Neuigkeiten. Mhm. Mhm. Es ist kein Tropfhelschein mehr übrig. Ich habe alles verteilt. Der Tee scheint den Leuten tatsächlich gut zu tun Die Stimmung scheint durchaus ruhiger Damit sollte die Gefahr neuerlichen Bestien für das erste Gebannt sein Eine sauer Lösung ist dies selbstverständlich nicht Aber zumindest können wir das Dorf im Moment in die Hände der Eichmisten des Himmels herzfee legen Und der Razatan zurückkehren Das könnt ihr Dort werden euer Wissen um dieses Unglück und eure mannigfaltigen Fähigkeiten sicherlich auch viel gut zu tun Ich möchte ebenfalls helfen, wo ich kann Und jetzt alles an Essbarem bringen, was ich in Akialli finden kann Wunderbar, dann machen wir uns doch gleich auf den Weg Hast du Esthenin gesehen? Nope Ach, er wartet den Wächter zur Tana Na schön, treffen wir ihn eben dort Ja, wo die da fliegt Ok gut Ja, jetzt schi currency Ja, wo der Guten Na, drei Stunden geht es noch sehr gut. Ahem. Okay. Einfach, weil ich es kann. Eigentlich so unnötig gerade, aber einfach, weil ich es kann. Ähm. Das Zielgebiet, was? Ich weiß es nicht, wo ich hin muss. Ich denke mal, es war egal, dass es irgendwie die Ausflussung ist, aber... Naja. Okay. Ah, es ist schön, euch ungefähr selbst wiederzusehen. Ich weiß selbst nicht recht, wie uns das gelungen ist, aber alle Bestien und Bestien sind besiegt und die verheerenden Kettenreaktionen fürs erst gestoppt. Das CMC hat übrigens verlauten lassen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger für eine wichtige Bekanntmachung zusammenfinden sollen. Klingelt da irgendwas bei euch? Nein. Nein. Das ist doch ganz wunderschön. Das ist doch ganz wunderschön. Kann ich eigentlich mich jetzt harmonisieren? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020